Yo Leute, was geht ab und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir Heute mache ich wieder eine richtig heftige Challenge für euch Und zwar natürlich mit Miguel Und zwar hatten wir zu Hause einfach ein paar Kerzen rumliegen Und wir dachten uns, Digga, warum machen wir daraus nicht irgendeine behinderte Challenge Und was kann man mit Kerzen wohl besser dran stellen, als sich selbst weh zu tun Also das hier wird jetzt ganz simpel ablaufen Und zwar zünden wir beide einfach jeweils unsere Kerzen an Und jeder von uns beiden hält seine Hand hier drunter Und tropft bei dem anderen jeweils drauf Und wir haben auch noch hier ein Glas voll mit Wasser Wer es nicht mehr aussäht, tut seine Hand da rein, um abzukühlen Und gucken, wer einfach verliert, wer jetzt erstes wegzieht, Leute Und am Ende haben wir noch eine richtig krasse Sache Und zwar werden wir einfach eine ganz große dicke Kerze schmelzen lassen in einem Topf Und derjenige, der verliert, muss seine ganze Hand mehrmals da reinlegen Okay Bruder? Ja, alles klar Okay Also hier haben wir das Feuerzeug Woooahhhhhh Das ist ein getunetes Feuerzeug Das ist ein getunetes, Leute Woooahhhh Und Leute, wir haben auch noch auf Mirkos & Miguels Kanal Jeweils eine richtig krasse Challenge auch noch gedreht Checkt die auch noch unbedingt ab Link dazu ist oben in der Beschreibung Wie genau machen wir es jetzt? Einfach so und jeweils umgekehrt dann einfach so gesehen, weißt du? Okay. Oh nein. Fuck, wer ist denn da? Ich will keine Namen bekommen oder so, Alter. Ey, Leute, man kann von der Scheiße Brandnamen bekommen. Okay, Bruder. Also mach das nicht zu Hause nach, nochmal. Oh, brennt ein. Ich bin richtig schmerzempfindlich. Bereit, Bruder? Fuck. Drei, zwei, eins. Komm. Okay. Au. Du bist so. Du Wichser. Ich bin raus. Ich bin raus. Der Schmerz ist lustig. Der Schmerz. Du Wichser. Es tut so weh. Ey, Bruder. Ich bin krank. Was? Was ist los mit dir? Bruder, der Schmerz. Er fühlt sich lustig. Ja? Au. 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 Du witzig. Bruder. Das witzig. Oh nein. Du hast auch super gekleckert. Scheiße. Ich hab auch super gekleckert. Leute. Du hast weggezogen, Bruder. Es tat so weh. Bis drei machen wir, okay? Bis drei. Bis drei. Ey, das ist so ein Schmerz. Bruder. Guck mal, meine Hand. Sieht irgendwie lustig aus. Lass dir Kuppen. Ey, dir tut das nicht mal weh, du Wichser. Du hast Erfahrung damit. Was? Where? Du Wichser. Was? Der sagt Erfahrung. Komm, mit der Hand sieht es dir runter. Okay, jetzt geht los. Ah, ah. Du hältst nicht heran. Deswegen. Was? Erd-Taktik. Was? Ich mach gar nix. Ah. Ah. Warum tut dir das nicht weh? Bruder. Ich schrei aber nicht, du krank. Oh. Ah. 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 Weggezogen. Digger. Es brennt so hart. Was ist los mit dir? Bruder. Ich hab locker ne Branddase. Ah. Meine Hand brennt so extrem. Meinen auch. Mach mal deine Finger hier und lass mal auf den Finger machen jeweils. Okay. Ich mach mal bei dir einmal. So. Ah. Ach, auf den Finger geht. Ja. Ey. Auf deinen. Digga, was ist los mit dir? Ah. Es tut trotzdem heftig weh. Er hat gar kein Schmerz empfinden. Er ist krank. Ich bin krank. Das tat irgendwie grad heftig wie auf der Stelle. Du hast es zwischen den Finger, du was. Ah. Leute, ich kann nicht gegen Dennis gewinnen. Er ist so krank. Er ist immun. Er ist krank. Komm, letzte Runde. Komm. Leute, ich muss eine Runde gewinnen. Um meine Ehre. Like dafür, wenn Miguel wieder verlieren wird. Like jetzt, wenn ihr an mich glaubt, Leute. Bereit? Drei. Zwei. Halt deine Finger. Wir machen jetzt Finger nur. Nur Finger. Ja, halt richtig drunter, Digga. Okay. Drei, zwei, eins. Go. Ah. Du Fichser. Ah. Du darfst uns so heftig sehen. Ah. 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 Du Fichser. Du Fichser. Weg dich. Ey, gut. Auf den Fingern tut das so unnormal heftig weh. Ah. Was haben wir gemacht? Leute. Leute, gönnt euch das. Gönnt euch unsere Runde. Oh mein Gott. Macht das nicht zu Hause nach. Ohne Scheiß. No joke. Es hat so weh. Irgendwie wiegt meine Hand voll verbrannt. Alter, meine auch. Bruder, es riecht so verbrannt, als hätte man mit Papier angezündet einfach. Ich schwöre es dir, es riecht so verbrannt. Ey, wenn das keine Brandnamen gibt. Ich glaub, die Haare davon sind erstmal abgebrannt. Die Haare. Die Haare. Und sogar Haare darunter sind locker abgebrannt. Abgebrannt. Die Haare sind ab. Deswegen brennt es. Was? Meine Haare sind unter dem Teil einfach verschwunden. Die sind abgebrannt. Oh mein Gott. Deswegen. Mein Auch, guck hier. Oh, hier sind weh. Ey, das ist wie waxing. Waxing is sexy. Leute, waxing is sexy. Miguel, Bruder, du hast verloren. Du hast einfach verloren, Bruder. Ey, Leute. Du weih, ihr wisst, Leute. Ich dachte ehrlich, ich hätte eine Chance. Ich wusste nicht, dass Dennis so schmerzimmun ist. Aber ich erinnere mich von früher. Er hat nie rumgeschrien, wenn wir uns selbst weh getan haben oder so. Ey, ich hab richtig Branden, rote Flecken, Digga. Du auch? Au. Digga, ich hab... Meine Haare sind... Ah! Ah! Leute, guck mal. Seht ihr das? Es ist an meiner Haut fest. An meinen Haaren. Ah! Das wird immer noch weh beim Abmachen. Oh! Leute, gebt euch mal, wie Miguels Hand aussieht. Leute. Wie meine aussieht. Meine ist... Ach, nicht schlimm, aber Miguels. Alter. Und Dennis ist richtig am Arsch. Meine Haut ist so schmerzwindlich. Holy shit, Bruder. Es sieht so scheiße aus. Was ist mit deiner Haut passiert? Es hat so weh. Guck mal, zeig mal deine Hand. Ungelogen. Was? Leute, guck mal das hier. Die Kerzenpunkte sehen so lustig aus. Mirko hätte mit dir richtig gut mithalten können. Ja? Boah, Mirko hätte locker länger gemacht. Wir sind beide krank. Boah. Ich glaube, Mirko hätte gegen Dennis gewonnen. Like, wenn ihr so eine Challenge. Dennis gegen Mirko mal sehen wollt. Ich würde das gerne mal sehen. Liked, wenn ihr so eine Challenge wollt. Und schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Mirko gegen Dennis. So, Leute. Also, jetzt kommt Miguels Bestrafung. Wir werden eine ganze Kerze, werden wir hier komplett flüssig machen. Oder schmelzen lassen. Und Miguel wird das dann schön auf seine Hand drüber gegossen bekommen. Freust du dich, Digger? Es wird so schmerzhaft. Leute, like für diese kranke Bestrafung an Miguel. Like für diese Bestrafung. Es wird so wehtun, Leute. Ohne Scheiß. Leute, das nennt man also Freunde. Das nennt man Freunde. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feine mehr haben. Wenn man so welche Freunde hat, braucht man keine Feine mehr. Und schmelzt das dann einfach so? Ja, ne? Na klar. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, siehst du das? Ja. Oh, das ist cool. Leute, gebt euch das mal. Das schmelzt schon so richtig. Oh, guck mal. Richtige Pfütze hier. So pink. So, Leute. Die Kerze ist jetzt vollständig geschmolzen. So sieht sie aus. Komplett vollständig geschmolzen. Die war eben noch am kochen. Also dieser Wachs war einfach am kochen. Viel Spaß, Bruder. Ich teste jetzt mal, ob es heiß genug ist. Guck mal. Ich teste in die Geldbestrafung. Wie krass bin ich? Bruder, das war heftig heiß gerade. Das sieht nicht mehr aus wie Wachs. Das ist so richtig durchsichtig. Das ist das Brandblasen. Oh nein. Kannst du abperlen so? Boah. Alter, krass. Okay, Bruder. Bist du bereit? Nein. Halt deine Hand rein. Ey, Leute, das wird jetzt so weh tun. Oh nein, Alter. Warum? Warum machen wir das? Bruder. Leute, wenn ihr jetzt nicht liked dafür. Ah. Zieh nicht weg. Du musst das nicht wegziehen, okay? Okay. Oh. 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 Was? Oh. Okay Bruder, ich mach auf. Okay, komm, komm, komm. Gib mir ein bisschen so rüber, okay? Oh. Oh, tut das weh. Bruder, halt dein Hand zu rein. Das tut so weh. Okay. Ach so. Ah. Ah. Ah, Bruder, es brennt. Ah. 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 Es ist getrocknet. Es tut so weh. Oh mein Gott. Oh mein Gott Bruder es tut so weh Es war so ein kurzer und stechender Schmerz Es sieht aus wie so ein Gummihandschuh Bruder es sieht cool aus Es sieht cool aus Brofist Bro Bruder es tut so weh ich hab locker brand lassen Ey deine Finger Die sind voll süß Gött euch meine Finger Leute Wie ein Hatschuh Leute meine Hand sieht auch richtig schlimm aus Holy Shit Bruder Bruder lass uns mal das abhellen Wow Leute Wow Wie cool Leute guck mal 30.000 Likes dafür Leute 30.000 Likes für diese Schmerzhafte Challenge Leute Die ganze Hand ist rot Meine auch aber deine ist viel roter Ey Leute gebt euch das mal Das restliche in diesem Topf hier ist geschmolzen Und das ist jetzt so Keine Ah Es ist darunter flüssig Ich dachte das wäre komplett getrocknet Darunter ist flüssig guck Darunter ist noch flüssig Wie heiß Es tut so weh Aber Bruder guck mal hier ist eine Matsche Ah Bruder Ah mein Finger So Leute das war's dann mit der Challenge Und falls ihr noch irgendwelche Kranken Challenges kennt Die wir zum Beispiel machen können Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Und wir machen sie eventuell Checkt auf jeden Fall Miguels Video ab Und auch Mircos Video Beide natürlich in der Beschreibung ganz oben verlinkt Und vergesst nicht dem Video hier den Daumen nach oben zu geben Und ich würde dann sagen wir sehen uns beim nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal